Joa! Seht euch das an, Pyrrhic hier an der Grasnabe. Die Jungs geben hier einfach alles. Und sie können hier die Böder hin. S.A.B. Willi gewischen. Wir bewegen durch Würfelpheli in der zweiten Etage. Wir verlaufen hier einfach vor. Sparen, fangen und fliegen gehen auf diese Reaktion. Und die Jungs geben hier alles. Kyle Stacey Exter aus Amerika eingeflogen. Sebastiano Caputti aus Italien. Beides Teamknoten. Und S.A.B. Willi gewischen. Autorotation. Wow! Tepo Dao! Tepo Dao! Tepo Dao! Tepo Dao!